Der Lord ist groß in mir, wie ich da hinten gerade sehe. Es... Fällt ja gut an. Es ist gerade... Lass mich mal lügen, Ruhe. Hier fehlen die Schlösser, wir kriegen es trotzdem nicht auf. Ich gehe... Was den Teufel, was? Was? So, wir öffnen das Fenster. Fick dich doch! Scheiß Jump-Skiers! Oh, Alter! Alter! Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Wurz. Geh nicht ins Licht. Hup! Oh, what the fuck? Naja. Ich hasse Krähen in diesem Spiel. Fick dich! Nein, ich bin es nicht! Aua, ich bin es nicht. Hup! Ach, ich sehe die ganze Zeit. Ich bin es nicht! Ich bin es nicht! Ich bin es nicht. Ich bin es nur ein kleines Wurz. Ich bin es nicht hinter mir ausgegangen. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Musikklasse. Ha! Au! What? Drecksack! Ich heile mich in Ezekiels Blatt auch. Ich weiß nicht wer das ist, das war bestimmt die Olle schon wieder. Ha! Was? Warum? Ich hab's doch geschafft! Blöde Vogelfrau. Schnauzelied. Wo müssen wir denn dann lang? Ich dachte über den Mühlstein nach oben springen und dann nach oben da drauf aufs Gitter und dann weiter. Die fucking Musik. Oh! So! Nein! In die Fresse! In die Fresse! Halt's Maul Oma! Ih, mit seinen Kackehänden! Oh! Ein bisschen frische Luft tut mir ganz gut gerade, danke. Sehr viele junge Menschen gucken ja die Outlast Let's Plays glaube ich. Was war das? Ha! 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 Oh man, oh man, oh man! Ha! 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 Wo kommt denn hin? Alter was? Hey, psst, psst! Ich brauch denn Hilfe! Oha! Au! Hilfe! Stell dich mal anders vor. Hier nach oben. Ha! Ah! Oha! Fuck! Oh oh oh. Ich hörte es. The fuck. Ha! Ah fuck! Ich glaube, das ist das Lager da unten, wo wir die ganze Zeit gestorben sind. Äh, die sind ja überall. Jo. Let me go. Es ist der gleiche Zettel. Äh, ich schwimme rückwärts. Okay. Warum? Woher? Wer wohnt denn hier? Hör auf zu ruckeln. Hör auf zu ruckeln. Hör auf zu ruckeln. Aua. Oh! Oh! Was? Oh! Oh! Was? Ich will nicht gefickt werden. Ich bin raus. Onkel Klaus. Gehabt euch wohl. Ciao. Mit V. Tschüss.